Grüße euch meine lieben Freunde der Fahrschule beim AKH. Heute reden wir über das richtige Verhalten eines Autofahrers, aber auch Fußgängers oder auch des Buslenkers, wenn sich der Bus in einer Haltestelle befindet. Ganz grob im Gesetz steht in etwa drinnen, wenn ein Bus des Kraftfahrlinienverkehrs in einer Haltestelle steht und durch das Setzen des linken Blinkers anzeigt, dass er diese jetzt verlassen will, dann haben die anderen Fahrzeuglenker ihm das ungefährdete und auch ungehinderte verlassene Haltestelle zu ermöglichen. Und zwar im Ortsgebiet. Das bedeutet zum einen einmal, es betrifft einmal nur die Busse des Kraftfahrlinienverkehrs, also Linienbusse. Es betrifft nicht die Reisebusse, die sind zu behandeln wie alle anderen Verkehrsteilnehmer. Und es geht auch nur bitte um das Ortsgebiet. Auf einer Freilandstraße müsst ihr bitte niemals den Bus aus der Haltestelle rauslassen. Wäre auch manchmal schwierig, wenn man mit 100 kmh daherkommt und auf einmal gibt der Bus den linken Blinker. Wie verhalte ich mich jetzt als Autofahrer? Wenn ihr seht, da steht ein Bus in einer Haltestelle, dann beobachtet zunächst einmal kurz, was macht der Blinker. Aber bitte nicht mit dem Blick am Blinker hängen bleiben, weil sonst zielt er dort genau darauf hin und dann fährt er vielleicht den Bus auch noch hinten auf. Sondern was macht einmal der Blinker? Dann geht der Blick auf die rechte Straßenseite, rennen dort Leute vom Bus kommend über die Straße. Aber bitte auch auf die linke Straßenseite schauen, die ist viel gefährlicher, weil von dort fangen die Leute zum Laufen an, weil sie natürlich den Bus erwischen wollen. Und dann schauen die jetzt nicht immer auf den anderen Fahrzeugverkehr, sondern sind nur auf den Bus fokussiert. Das ist eigentlich fast gefährlicher, diese Seite. Wenn ihr dann am Bus vorbeifährt, weil er den Blinker noch nicht gegeben hat, bitte mit genug Seitenabstand vorbeifahren. Wenn ihr diesen Seitenabstand nicht halten könnt, dann dürft ihr nicht vorbeifahren, dann bleibt dahinter. Also mindestens eineinhalb Meter Abstand lassen und dann auch darauf achten, dass vor dem Bus auch noch Leute rausrennen. Und manchmal auch Kinder rausrennen, auf die man jetzt natürlich überhaupt keine Sicht hat. Das heißt, ihr nähert euch grundsätzlich auf Gefahrensicht, mit verringerter Geschwindigkeit und Bremsbereit und mit einem Pendelblick an den Bus an. Manchmal ist es oft ein bisschen schwierig abzuschätzen, wann wird der Bus jetzt den Linksblinker geben oder nicht. Aber man kann sich auch immer ein bisschen helfen, wenn ihr auf der Einstiegsstelle schaut. Und da seht ihr noch eine Traube von Leuten, die in den Bus einsteigen wollen. Dann könnt ihr mal davon ausgehen, in nächster Zeit wird da jetzt keinen Blinker geben. Wenn ihr in den Bus reinschaut, auch da kann man vor allem in der Nacht sehr gut hineinschauen. Und ihr seht, die Bustüren gehen schon zu. Dann könnt ihr mal davon ausgehen, dass es auch bald den linken Blinker geben wird. Dann könnt ihr schon einmal gemütlich zum Bremsen beginnen. Der Busfahrer darf erst dann den linken Blinker setzen, wenn er abfahrbereit ist. Das heißt, die Türen sind zu, Haltestellen, Bremse ist gelöst, Blick in den linken Spiegel und jetzt erst darf er den Blinker geben. Er darf euch beim Ausfahren behindern, er darf euch aber niemals gefährden. Das heißt, wenn ihr direkt neben dem Bus bereits seid, dann darf er sich an und für sich nicht mehr rauswerfen. Es würde zu einer Gefährdung kommen. In der Praxis schaut es halt oft so aus, das erste Auto, wenn der linke Blinker draußen ist, der darf meistens eh noch fahren. Der zweite schwindelt sich auch noch hinterher. Und der dritte denkt sich, das geht sich für mich auch noch raus. Und dann denkt sich irgendwann der Busfahrer so und jetzt reicht sich das vore raus. So kommt es dann manchmal natürlich auch zu kritischen Situationen. Ein Tipp jetzt bitte auch als Fußgänger, wenn ihr jetzt auf einen Bus wartet, wenn der Bus in die Haltestelle einfährt, dann hat er einen vorderen Überhang beim Bus. Und der schwebt manchmal leicht über die Gehsteigkante drüber, damit er sich wirklich ganz knapp zur Gehsteigkante hinstellen kann. Deswegen haltet es ein bisschen einen halben Meter bis Meter Abstand zur Gehsteigkante, weil da schwebt jetzt auch der Spiegel des Busses natürlich vorbei, damit er keine sogenannte Spiegelwatschen, wie es so schön heißt, abbekommt. Das heißt, damit er mit dem Spiegel eben nicht kollidiert. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem heutigen Drive Monday wieder ein bisschen weiterhelfen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen mit Bussen und Busfahrern auf meine Social Media Kanäle mitteilen würdet. Bis zum nächsten Mal.